Ich hoffe, Sie haben es nicht meine Tränen so eigentlich. Selbstverständlich nicht. Der Segneth hat mir gesagt, Sie wollen sich erst mal eine Woche aufs Zeit nehmen. Ich hatte nie die Absicht, Ihnen all diese Verantwortung aufzuhalten. Mich stört das nicht. Meine Frau ist aber nicht so verständnisvoll. Gehört Sie für den Millionen? Nein, ich bin. Sie sollten eine Wettbewerb, sonst können Sie alle Länder halten. Ja. Schicken Sie mir die Rechnung. Ein märchenhaftes Ende. Der Frosch ist froh und die Hofnagen mussten das Reich verlassen. Die Königin sitzt wieder auf ihrem Thron. Wenn du jetzt erwartest, zum Ritter geschlagen zu werden, tut es mir leid. Ich habe mein Schwert verliebt. Vielleicht liegt es bei der Glocke. Wer weiß. Merkulich dieser Frosch.